Musik Bei herrlichem Wetter und angenehmen Temperaturen Trudeln Sie so langsam ein, die Cowgirls und Cowboys. Hier am Schützenplatz zum diesjährigen Winterritt, der heute am 16. Februar 2019 ab 11 Uhr stattfindet. Wir gehen noch weiter. Guten Tag. Er fragt uns eine parallele Gugel. Ja, stimmt. Pünktlich um 11 Uhr setzen sich die ersten Cowgirls und Cowboys in Bewegung. Pünktlich um 11 Uhr setzen sich die ersten Cowboys in Bewegung. Und immer lächeln. Nach ca. 5 Minuten setzen sich auch die Planwagen in Bewegung. Tja, und was soll ich sagen? Die Stimmung ist fantastisch. Und das liegt mit Sicherheit nicht am Alkohol. Nein, das liegt an der Sonne, an dem schönen Wetter, an dem Windu drauf. Die Stimme ist einfach so. Die Stimme ist einfach so. Die Stimme ist einfach so. Prost, Prost, Kameraden, Prost, Prost, Kameraden, wir wollen noch einen tiefen Wald und schmecken. So einen wochen dort eine thatenss Normal am besten, nachdem ist dass die Käse eine Wurzeln für Kinder soweit die Musik Nach ca. 50 Minuten durch die schöne Natur machen wir hier unsere erste Pinkelpause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist ca. 12.30 Uhr. Jetzt ist erstmal ein Päuschen angesagt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, aber auch noch. Und ich zeige mal die. Und du brauchst eine Preise ohne die Fahrt nicht hier. Ah! Oh! Hahaha! Du siehst ja den Rest los, dass du nicht mehr hast. Hey, Prischstücke bin ich. Ich bin ja klar. Ja, oder? Ich bin ja klar zu sagen, ich bin zu viel Zeit, dass du nicht mehr an mehr als Du siehst. Ich bin ja klar zu sehen. Ich bin ja klar zu tun. Ich bin ja klar zu zeigen. Oh je, ich bin ja klar zu tun. Ja, ich bin ja klar zu tun. Ich kann ihn ja klar zu tun. Au. Oh, das ist ok. Nach einer schönen Pause mit gekühlten Getränken machen wir uns jetzt wieder auf in die schöne Natur. Sieht, 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 Sieht! Geht rein, Sieht! Ach, sieht, Sieht, Sieht! Ich will das jetzt noch. Das war's für heute. Schatz, schreit doch. Das war's für heute. 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 Vielen Dank.